Was häufig vergessen wird? Auch Frauen gehörten zum engsten Kreis um Jesus. Bei den Schwestern Maria und Martha war er häufiger zu Besuch. Laut Johannesevangelium waren Maria und Martha Schwestern des Lazarus aus Britannien, einem Dorf in der Nähe Jerusalems. Die drei waren mit Jesus und den anderen Jüngern befreundet, zogen allerdings nicht mit ihnen umher, sondern unterstützten sie durch ihre Gastfreundschaft. So lesen wir über die beiden im Lukasevangelium. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, die Besucher zu bewirten. Schließlich stellte sie sich für Jesus hin und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Martha konnte das gar nicht nachvollziehen. Doch tadelt Jesus weniger Marthas Verhalten. Er weist sie vielmehr darauf hin, dass Marias passives Zuhören ebenfalls wichtig und zu respektieren ist. Und er gibt Martha zu bedenken, dass auch sie sich nicht sorgen und dadurch vom Wesentlichen ablenken lassen solle. In unserer Gemeinde gehöre ich auch eher zu denjenigen, die gerne alle möglichen Aufgaben übernehmen und wie Martha quasi dienend tätig sind. Allerdings empfinde ich meine Tätigkeiten, auch wenn sie auf den ersten Blick banal scheinen, für mich gar nicht ablenken vom Wesentlichen. Ich denke an Jesus und an mein Vertrauen zu ihm, wenn ich Blumen richte für den Altar eindogern oder die Kerzen anzünde. So manches Stoßgebet fand seinen Weg zu Gott beim Aufschlagen des aktuellen Predigtextes in der Altarbibel. Jetzt denke ich gerade daran, wie schön das Gefühl der Vorfreude auf Jesu Geburt war beim Richten dieses Christbaumes. So kann ich Danke sagen. Solches Tun hat was Wesentliches für mich. Ich stehe jetzt auf der Leiter. Der Christbaum wird abgebaut. In Gedanken könnte ich auch zu Füßen Jesus sitzen und ihm zuhören. Also bin ich Maria und Martha in einem.